Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Megaman X. Na komm, ich freue mich. 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 Na komm. Wow. Ja, ich freue mich. Ja, ich freue mich. Ja, da haben wir doch schon mal einen. So, ist der schon mal voll? Dann reicht es ja. Ja, ich freue mich. 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 Boah, der zieht aber auch so eklig viel ab. Ja, ich freue mich. Ja, ich freue mich. Sehr gut. Alter, noch eine Runde. Also... Ich freue mich. Das gibt's noch nicht. Dann kommt der gleich mit so'n Schuss um die Ecke. Alter, schon wieder Also können wir echt nur mit Dings schaden Flammenwürfer Ach, kommt der schon wieder Okay 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 Das war's für heute. 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 Und wir hören uns im nächsten oder im alten Projekt wieder. Bis dann. 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 Bis dann.